Hallo, ihr Volkes. Willkommen zum Pleasure Gaming-Kanal von Don Rico Fierabier. Goldenes Zeitalter. Jahrhundertelang ging es der Menschheit prächtig. Doch auch dies musste enden. Ein uralter Feind folgte dem Reisenden durchs Universum. Die Menschheit stand vor ihrem Ende. Doch der Reisende traf eine Wahl. Sein Opfer zerstörte den Feind. Und schenkte den Geistern Leben. Ich bin ein Geist. Wichtiger noch, ich bin dein Geist. Und du bist einer der Auserwählten des Reisenden. Du bist ein Hüter. Dies ist dein Schicksal. Ich bin jetzt auf der Fahrt. Was muss ich jetzt da machen? Ich habe mich in Orbit. Ich habe mich in Orbit. Ich werde mich in Orbit. Ich werde mich in Orbit. Ich werde mich in Orbit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, tschüss, Shotgun! Hast du was gehört? Ja. Wir sind da ins Wasser runtergekommen. Wir werden angegriffen. Is he? Is he dead? 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 Was he dead? Was he dead? Was he dead? Was he dead? Hast du was gehört? Untertitelung des ZDF, 2020 Wir werden angegriffen. 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 Wir ver equilibrate ein. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Oh. 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 Das ist schweine. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.